Ein herzliches Willkommen zu der ISL. Wir wurden hinterhältig gekillt, indem wir momentan gerade geantwortet haben, andere. Und da meinte einer, uns etwas zu töten und Amok zu laufen. Also Miro, die Polizei. Ich kann ja nichts machen gerade. Du kannst schreiben, Amokläufer und tötete die Beamten. Das ist das höchste Verbrechen, das man je tun kann. Genau. Ja, ich habe schon längst hingeschrieben. Und gleich zwei Admins. Der hat es ja nicht mehr alle. Mit dem war ich eben allein. Gut, dass ich dem nicht getraut habe. Der kam schon so komisch auf mich zugerannt. Mir ist das Spiel abgestoßen? Nö, nö. Warum spielst du jetzt der Scheiße bei mir? Weil er die ganze Zeit auch klein war. Das müsstest du doch wissen. Was soll ich doch wissen? Was schreibt dieser Typ? Miro, willst du irgendwie sterben? Ja. Wenn ich als Rackstar bin, will ich ja voll leben, Alter. Ist mir leid. Ich bin eigentlich nur ein Dryo oder ein Quetzler. Wenn wir einen Themenbereich machen würden, dann würde ich aber endlich mal wieder quetzeln. Das ist genügend Futter für die erste Zeit. Was schreibt dann derjenige? Oh, Miro. Abgeschickt. Ich weiß nicht, was der will. Ich habe keine Ahnung. Haben wir hier überhaupt einen Diabolo hier drin? Ja. Neben mir sitzt da eins. Ah doch, dann meint er nur Diabolo. Weil, ja. Diabolo? Wo? Ja, was auch was. Wie ist hier Diabolo? Ich sehe den hier gerade drin. Hier ist ein Diabolo. Ihr müsst mir den Namen... Ich hab dir doch, ich hab dir doch, dir hat alles... Bist du Diabolo? Ja, aber es gibt hier doch keinen. Doch. Wo? Hier, neben mir, sitzt doch eins. Was ist ein Bild und so? Was weiß ich? Der sitzt. Also, äh, ein... Ist da mit Diabolo damit gemeint irgendwie... T-Rex, äh, ein Triceratops, oder? Nee. Ja, so ein kleiner. Ach so, ja. Ich dachte, das ist ja der Name. Ich kenn mich halt nicht aus. Nein, Diabolo ist so ein kleines Triceratops-Ding. Das hier. Das da sitzt, das Gelbe. Nichts zu vergehen. Miro? Was? Übersetz das mal. Äh... Ich lass mich jetzt mal hin, dass ich Stamina hab. Wo bist du denn? Wann hat dann der Chat hier angefangen? Ich muss ja was notieren. Das ist mitten in der Aufnahme. Aber ich muss ja eh gerade ruhen. Sonst kann ich ja eh nichts machen. Also, passt das. So. Außer kopieren. Hier kommt man sich vor wie so eine Polizei. Nur ich bin die Regierung und muss die natürlich alles ins System eintragen. Ja, ich muss sie halt... Ich muss alles bestreben. Geh, ich guck. Du bist halt der Polizist. Du bist nur Helfer. Ich sag, du bist Polizist und wir sind hier die, die Drecksarbeit meist machen. Ja, schon. Ich bin doch auch meistens mit dabei. Wenn ich die persönlich sehe, dann ist das kein... Also meistens ist es mir schon aufgefallen, dass sie mich meinen. Ja, weil sie wissen, dass du Yadne bist. Du hast nur Ping. Wenn ich nur das... Ich glaub, das spricht sich schon längst auf dem Server durch, wenn dann, dass ich der Banner bin. Nee, ich bin noch zwei... Vor allen Dingen verquetzend bin ich der Banner. Da drüben in der anderen... Und hier mit 32 Tonen hast du? Ich will mal sagen, es läuft bei dir. Da sieht man schon, dass... Ja, da sieht man schon, was so eine Drecksarbeit ich tue, ja? Dann sagt ihr, ihr tut Drecksarbeit. Stimmt, 92 Tote, das zeugt ja nur davon, was in der Arbeit ich tue. Ach, ja. Ja, ich töte mich. Unsere Kids zählen nicht. Oh, Wahnsinn, der eine hat echt Langeweile, der beißt den Bursch. Aber die sind ja eh runtergegangen, gerade. Guck mal, der hier, der beißt einfach den Bursch. Ah, Mil Agro hat, äh, sie getötet. Wer? Mil Agro hat, äh, hat sie getötet. Hm, das ist ein Kill. Beobachte den mal. Wenn ich den finde... Ist das ein Fetzel oder was? Nee, die Ablo? Nee, ich weiß nicht, was er ist. Ich hab den schon ein paar Mal gesehen, so ist nett. Hat zumindest heute ein paar Mal gesehen. Das sind nur viele. Der Rest sitzt hier. Mil Agro, wo wirst du? Jetzt heißt es... Äh, das ist ein Diabolo, ist das. Hier ist ja ein Diabolo. Oh, okay. Du behältst den einfach, du behältst den. Ja, halt den im Auge. Wenn, dann ist es der vielleicht. Ich such noch ein bisschen rum. So. Ich sterbe immer Kilometer bei Tränen. Ich bin doch bei denen. Nee, ich muss das doch übersetzen für den, Anna. Ich rede doch mit dem. Wir sollen in den Gruppen-Chat reden. Dann wäre das einfacher. Ja, schön. Komm, hier ist ja schon die Ruinen da. Vor den Ruinen bin ich, so ungefähr. Oh, ja. Oh. Oh. Der Diabolo schreit nur oben. Ja, statt Eid kannst du Kill schreiben, weil das ist auch ein Diablo gewesen. Da gibt dann Eid gar keinen Sinn essen. Ja, wenn er getötet von ihm... Stimmt, ja. Ja, ich meine... Das ergibt ja keinen Sinn mehr. Ist ja gerade aufgefallen. Wenn das ein Diablo ist, wie soll er denn bitte schon aufessen? Der Diablo. Also der Diablo, geht ja gar nicht. Warte, ich komme und beiß ihn und fertig. Er müsste jetzt erst mal aufstehen. Das war auch cool. Es gibt ja hier sonst keine Diabolos. Ja, wer weiß. Vielleicht sehen wir uns im Wald oder so. Steh auf! Der weiß ganz genau, wenn ich jetzt ausstehe. Der ist ziemlich unbeeindruckt von dem, die Rufe. Soll ich mal schreien. Auf jeden Fall auch, bis du rumgegängst. Du hast dich jetzt nicht für alle verängstigt. Jetzt reicht's schon. Er tut auf jeden Fall was. Was? Millie! Was denn? Du hast doch gemacht. Er wird nur einmal gemacht. Ja, du hast gepickt. Guck, der schüttelt auch seinen Kopf. Das Beste ist, zu fragen, wo er getötet wurde. Ich möchte, dass er aufstehe. Ich frage ihn nach Schraben. Also, Miro. Hm? Was? Ei! Also, was ist mir wieder? Ja, ich schreibe mit dem. Der? Es ist besser zu fragen, wo er gekillt worden ist. Ja, ja, schön. Die Polizei kommt von hinten. Oh, hell. Frau und das hier. Der Beamte ist unterwegs. Ich komme in 10.000 Jahren. Komm, ich renne mal hier ein bisschen. Ich hasse das. Ich wohne voll. Liegt denn noch was zu fressen da irgendwo? Äh, ja. Muss ich was. Auch liegt das da? Kann der blöde Abloh mal aufstehen? Der will nicht. Na ja, wir können reinbeißen und mal gucken. Wenn er, wenn sie oder er... Ich hab ihn mir auch schon getötet. Wenn sie oder er jetzt sagt, sie wurde am Spor Lake getötet, dann ist es wahrscheinlich der, wo er vor euch sitzt. Weil wir jetzt am dünnen Ende keiner ist. Außer die anderen zwei. Nein, ist ein Tiergeiz. Weiß? Nein. Gut, dann bin ich da drin. Das ist daran gut, dass du das nicht bist. Ähm. Naja, da ist das wirklich einen anderen Rex. Ja, das finde ich nicht gut. Black Apple. Was ist denn? Oh, auch ein junger Rex. So, jetzt komme ich so ins Dünne Ende dran. Und dann gucke ich mir das mal hier an. Hm, hier ist ein Vogel abgestößt. So, Diana ist da. Ich mache nur kurz Kontrolle, Leute. Nicht erschrecken von mir. Ähm. Ähm. Das ist Diana. Das ist kein Diabolo. Nein, nein, nein. Da drin. Der ist eigentlich in Ordnung. Äh. Da hinten blutet was. Die Diabolo will einfach nicht aufstehen. Ja, steht hier auf. Außer es Diabolo. So, ich bin ja schon unterwegs. Keine Panik. Keine Panik. Also, neben einem roten, normalen Rex, glaube ich, ist sie gestorben, oder? Oder sie bekitzelt worden. Nee, dann ist das der. Dann war am Ende von Storm Lake. Dann ist das der, wo feucht ist. Es gibt hinten keinen. Ja, wenn er aufsteht, dann sehen wir Namen. Der wird nicht aufstehen, solange die Admin's da sind. Ich wette mit dir. Das ist doch gut so. Dann soll er sich so schön fühlen. Soll er sich denken. Ach, er ist aufgestanden. Mil-Agro. Ja, das ist er. Ah, tschüss. Warum tschüss? Lass ihn doch noch töten, aber fressen. Ich komm. Ich bin doch um die Ecke. Oh, Miro. Warum kickst du einfach? Verdammte Scheiße. Ich hab noch gar nicht mehr genug. Ja, Miro. Einfach mal gucken, was er macht. Was hast du gestern gesagt? Die Leute können auch lügen. Ja, schon. Mann, du Dussel. Der hat doch die ganze Länge nichts gemacht. Oh. Ja, dann kann ich ihn ja wieder entfangen. So ist er nicht. Ja, der wird jetzt rumreden, dass er nichts gemacht hat. Ja, trotzdem. Ja, ihr pickt einen Quatzel drauf ein. Oh. Der Schiff ist da. Und ich bin sehr hungrig. Kommt ihr, Vögelchen? Ja, jetzt kommt ihr hier in der Schatten. Was hab ich dir gesagt? Du bist ja rausgegangen. Und du bist gerade der Beste von... Ja, wir müssen aufpassen. Könnte ich einfach so kicken. Ja, das... Ich hab doch jetzt schon entbannt. Ich brauch Essen. Sterbe. Genau, Serverabsturz. Theoretisch, wenn er jetzt zurückkommt, dann ist er nicht mehr gebannt. Theoretisch, äh... Könnte es für ihn nur ein Absturz gewesen sein. Ich weiß ja nicht, warum wir immer so spät noch den Server machen. Oh Mann, Nero. Chill. Für mich ist das halt Eggman schwierig. Wir mieten dann irgendwann lieber... nicht mehr im Server. Er ist doch entbannt. Und es ist genau abgestürzt. Ich meinte jetzt, dass du jetzt noch wieder jammerst. Ich hab... Jetzt nicht. Das passt ja doch alles. Ich kille dich sowas von, wenn ich jetzt wieder im Spiel bin. Alter, mach ich den Server ganz zu. Meine Güte. Darf ich jetzt schon gar nichts... Ich darf... Darf ich nicht wenigstens einen Fehler machen, minimal. Es geht jetzt hier nicht um den Fehler. Du schillst nicht. Ja, jetzt doch. Ja, jetzt. Ja, dann kannst du ja mich ja killen. Wir sind sowieso am Anfang killen. Was erwartest du? Den brauchen wir ja fressen. Das ist ein Opfer, Alter. Perfekt. Ach man, jetzt bin ich wieder bei dir. Müsst du euch ja auch am Anfang noch ein bisschen killen. Ja, wie soll man das machen? Ich hab mich ja eben am Anfang gekillt. So ist es nicht. Ja, ich weiß. Weil es ist halt manchmal schwierig, weil ich bin jetzt zum Beispiel wieder... Ja, soll ich Lili alleine lassen? Ja, ich weiß. Na, ich mein jetzt nur am Anfang. Ihr denkst, was ich gerade mache, was ich eben gemacht habe? Denkst du ja im Urlaub gemacht. Ja, dann passt so. Ich bin sowieso zweimal gestorben. Also hab ich genug beim Fleisch hergegeben. Verdammter FPS. Hör auf. Ja, ich weiß ja nicht immer, was da abgeht auf dem Server. Oder bei euch. Ja, ich weiß nicht, was du machst nebenbei. Ich mach die ganze Zeit nichts nebenbei. Hallo, Hallöchen. Oh, ruckel, ruckel, ruckel. Hallöchen, gehen wir auf unseren Weg. Ich ruckel bei mir. FPS geben keine Ruhe. Ja, jetzt brauchen wir einen, der uns tötet, ne? Wir können uns doch gegenseitig zwei Schläge... Nein, das geht nicht. Doch, zwei Schläge, doch. Zwei Schläge sind mal beide tot. Und als hätte ich, wenn du zu spät zugebissen hast oder ich, dann bin ich nicht tot. Weil jetzt... Es ist jetzt nicht mehr so, dass am gewissen Punkt vom Hunger nichts mehr heilt. Das ist jetzt nicht mehr so. Das ist halt... Du bist ja schärz. Ja, ich kenn das ja alles nicht. Ich hab das dir doch gesagt. Ich bin halt dir eigentlich so. Ich bin ja sonst kein Fleischfresser oder so. Oder kein Aggressiver. Deine spammt mich zu. Mann, lass mich nicht. Und... Und wette nachher ist Bonny so scheiße. Ich nimm mal rein, raus. Ja, dann brauchst du doch gar nicht. Dann komm ich doch gleich wieder nochmal. Wieso du? Ich. Achso, ja, du musst ja auch. Ja, denkst du, wenn ich sterbe, dann spaw ich da mal in der Leiche? Nein, weil du bist nicht der Rex, den du sein möchtest. Nee, weil dieser Rex ist in diesem Server, bedeutet Food. Ich weiß. Ähm. Und ich hasse diese Skin, die ist hässlich. Die sieht auch schon so aus, wie friss mich. Vor allem den Dingen da vorne. Sieht so aus, als ob da irgendwelche... Lilly ist ein Jungtier. Oh, der Leil. Ich hab die falsche Rex geklickt. Okay, warte, Lilly. Ich mach dir Schaden und du verblutest dann. Alles klar. Ich mach dir Schaden, du verblutest dann. Ich glaub, noch ein Biss haltest du nicht aus, ne? Hm. Juck. Noch ein Biss haltest du nicht aus. Wie das aussieht, die Kreuzung der Rexes. Warte, ich hab Hundertblut und beiß mich noch ein paar Mal. Reicht? Jetzt beiß ich dich. Reise-Management, Alter. Nein. Ah, jetzt lauf ich rum. Biss-Management. Unsere Taktik hier. Biss-Management, die neue Taktik. Ah, jetzt bin ich natürlich richtig scheiß gespawnt. So, gut. Wollten sie schon immer richtig gebissen werden? Mit richtigem Management. Dann kommen sie auf diesen Server. Hier gibt es das. Garantierter Tod für alle. Garantierter Tod für alle. Garantierter Tod für alle. Ich wusste es. Mit zwei Jahren. Ich glaub, danach komm ich sehr oft als Gefetztin und lass mich umbringen. Oh, ich hasse das. Sind jetzt schon 22 Leute drauf. Geil. Das ist Samstag, was erwartest du? Das hat jetzt ein bisschen längere Länge. Ja. Ja. Ich hatte nur kurz meine Schwäche raus. Vielleicht hab ich irgendwie meine Sekunden. Deine Sekunden? Ja. Ich bin gestorben. Ich guck mal zu was anderes. Brauche... Brauche... ...unterschiede in den Videos. Wahrscheinlich werde ich eher getötet jetzt. Was bist du denn? Der Ceratops. Okay. Der wollte sich umbringen lassen. Der ist vor meine Schnauze hingelaufen. Und ich hab dann extra gebissen, ihn anzuzeigen. Ich beiße. Späße? Bei... Ja, er war auch irgendwann nirgendwo und war gebügt und konnte nicht sterben. Und dann dachte ich mir so. Ich beiße einfach vor ihm und er entscheidet dann. Wer ist denn alles drin überhaupt? Diana ist drin. Hm. Der hier. Was? Nix. Ich hab hinter mir ein Alu. Hm. Wo bist du denn? Genau genommen hinter dir. Was? Ein Behind you, Motherfuck. Geh hinter mir. Ja, hinter dir. Guck einfach hinter dir. Da ist sie schon. Guck mal. Mit nem besser... Weißt du denn, keine Ahnung. Hä? Wo zum Fall, wo bist du denn? Der verarscht. Oh. Die denkt sich so. Was? Ja. Wo bist du denn? Ich würde sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ja. Ciao.